Ich werde mich die nächsten vier Jahre im Bundestag wieder für mehr Demokratie stärk machen, so wie schon in den letzten acht Jahren. Ich möchte, dass mehr Mitbestimmung, mehr auch politische Bildung in Fragen von Kindergärten und Schulen diskutiert wird. Ich möchte, dass alle mitreden können, dass alle mitdiskutieren können und dass der Protest auf die Straße gebracht wird, damit ich ihn wieder, wie in Vergangenheit, für Menschen mit Behinderung, für Alleinerziehende, für betroffene Menschen einfach in den Bundestag bringen kann, ihre Fragen stellen kann und so auch kritisch Gesetze begleiten kann.